Seit 100 Jahren halten Filmemacher und Kameramänner das Leben in Dresden fest. 1903 eine Fahrt mit der Straßenbahn über die Augustusbrücke, der ältesten und lange Zeit auch einzigen Brücke der Stadt. Die 16 Bögen waren zu eng für die Schifffahrt geworden. 1907 wurde die Brücke abgerissen und bis 1910 völlig neu gebaut. Dann hatte sie nur noch 9 Bögen. 1893 rollte übrigens die erste Straßenbahn durch Dresden. Vom Schlossplatz in der Innenstadt nach Blasewitz. Für die Pferdebahnen, die bisher durch die Stadt fuhren, bedeutete die elektrische Konkurrenz das Aus. 1900 rückte die letzte Pferdebahn ein. Die Straßenbahnen waren auch um einiges schneller, mit der für damalige Verhältnisse unglaublichen Geschwindigkeit von 30 km pro Stunde, war die Bahn unterwegs, wenn sie nicht im Verkehr stecken blieb. So wie hier beim Wachaufzug mit klingender Militärmusik und vielen Schaulustigen. Da hieß es Stopp für die Bahn. Fußgänger zuerst. Aber bald geht es weiter Richtung Neustädter Markt. Mit der damaligen Kameratechnik konnten auf einer Filmspule übrigens immer nur 20 bis 30 Sekunden festgehalten werden. Aufgenommen wurden diese Bilder mit einer Filmkamera der Marke Kino aus den Ernemann-Werken. Die waren führend im Kamerabau. Alle Schaulustigen Personen